Prokla aus wenn ich eigentlich nicht einbauen ach ja richtig nach dort gehen ein Klang hm ich wundere mich grad was das für Sehens sind kleine unbedeutende Sehens sind es ich glaube ich laber mal nicht so viel um euch die Freude dieses Liedes die Freude der schönen Götter zu zeigen aber erstmal tötet ich den Fischer ich hab nichts gegen euch aber ich will eure Säcke mühevoll tue ich aber halt gut nach diesem Lied schall ich übrigens auch noch mal kurz die Freude stelle aus das bitte 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 Ha, Dschungel Venom Lass mir die Karte erstmal etwas laden Wow Oh, eine Insel Eine Axt Oh, eine Kakaobohne Kann ich hier vielleicht einen Tempel finden? Und ich habe keine Fische dabei Sonst hätte ich mir eine Katze zähmen können Die Ozelote Ozelote Ja, es wird abends Au Au Ob das der graue Punkt Oh, noch eine Kakaobohne Und eine Schlucht Wow Ich will eher die Schlucht, das ist grau Und ich nehme mal die Kakaobohne mit Und ich hätte gerne mindestens eine Dschungelsprösslinge Und ja, es ist ein Dschungelsprössling Und ja, es ist ein Dschungelsprössling Das wissen die meisten, es ist die Dschungelsprösslinge Immerhin habe ich erst Vergnuselungen dabei Wenn ich auf dem Weg nach Hause bin und irgendwie defektiere Ich sammle nach hier Raus aus dem Dschungel Oh, Gott sei Dank In der Hoffnung, dass ich die Feuerleinbrüche wieder regle Au Wui Das war einer Das waren zwei Du erfährst dasselbe Schicksal wie deine Kumpanen Ah, Spinner Spinner, Spinner, Spinner Spinner, 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 Spinner Ah, einen Moment bitte Ich brauche eine kurze So, weiter geht es Rittervalkyren Und ein Enderman Und eine unglaubliche nitrige Framework Slideshop Ich stelle das mal auf Friedlichweil Ich finde es sauen für momentan Es ruckelt alles und ich werde beschossen von tausend Zeiten Reicht wieder Genug friedlich Okay, wo muss ich hin Ja, da entlang ist schon richtig Schalten wir uns an der Küste Oh, Pilze Ich glaube das sind auch Wenn man da ein Pilz rausreißt Reißt die reißt die ganzen raus Da vorne war ein Zombie Da ist ein Hunde Da ist ein Hundeverdammnis Und Zombie ist da Stirb, 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 stirb Bei Lavasee Da halten wir respektvollen Abstand Buchspinner Urlaub, stirb, 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 jubb, stirb, hier, und schade Nein Gut, wiederbeleben Wir haben alle unser Zeug verloren Gehen wir erstmal schlafen Und sofort auf die Suche nach unserem Zeug Ich glaube in Richtung dort müsste es sein Blau-Forest Ja, hier Level 5 Ja, man wird immer auf Level 5 Zeug gesetzt Gut, sortieren Karte Kann man so lassen. Ich bin Level 6. Tja, und leider, leider haben sie es nicht geschafft, noch ein... Skelette haben es nicht geschafft, noch ein Cripper zu tönen, sonst hätte ich jetzt eine Desk. Und ich hätte sehr gerne eine Desk. Tja, wo bin ich? Da irgendwo wohne ich. Gehen wir wieder zurück nach da irgendwo. Brenn, Forrest, Brenn. Die Karte wird früher oder später auch noch gefüllt. Hm. An Minecraft. Danke, dass du so tadellos funktionierst. Grüße ich. Aber was sag ich? Das funktioniert eigentlich schon richtig gut. Oh, eine wilde Kuh. Es dürfen keine wilden Tiere existieren, Kuh. Hässer, außer Schafe. Die irgendwie rot sind. Färbt ihr irgendwie ab? Oder, ähm... Wie seid ihr entkommen? Nein, rein mit euch. Ich brauche jetzt genau ein Getreide. hier. Da... Nein, ihr rote Schafe. Kommt wieder her. Euer Herr und Meister Gebetet es euch. Hamel, Hamel, Hamel. Komm, 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 Hamel. Dude. Ähm. Hey, du, du dummes Stück. Komm her. Heusche deinem Herrn und Meister. Heusche deinem Herrn und Meister. Heusche mir. Heusche deinem Herrn und Meister. Weg. Nö. Komm her, du nutzloses Tier. Daytime in Backyard. Dam, 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 dam. Na, na, na. Ich liebe diese Melodie. Falsche Christo. Die hier. Und dann die nach da. Das behalte ich hier, das behalte ich hier. Werbemittel. Fleisch. Eins, zwei. Pilze. Rose. Noch da. Der Rest ist Jagerfolg. Kohle ist nicht hier. Natürlich nicht. Gut, dann holen wir noch mal Kohle. Dam, da, dam, da, dam. Kohle. Eins. Eins. Dann nehme ich wieder ein Brot und knusse es. Hm. Würde mich mal interessieren, wie lange ich es schon aufgenommen habe. Das sieht jetzt in meinem Kühlschrank aus. Das Essen ist noch nicht verdorben. Damm, 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 damm. Damm, damm. Hm. Ja, ich denke, die Schmiede kann man es so stehen lassen. Ding Dong. Ding Dong. Oh, wieder sechs Erfahrungspunkte. Da geht einem doch richtig das Herz auf. Tod durch Dummheit. Ich könnte jetzt theoretisch ein Buch schreiben. Ähm. Ah, schweiß Pulver. Einfach Beil. Nein, nein. Magiertum, ich soll noch nicht anfangen. Okay, schweiß, ich soll noch nicht anfangen. Ich hab dich dann. Mhm.